Das wird man ja wohl noch sagen dürfen, sagst du. Man wird ja wohl mal die Klappe halten können, sag ich. Das ist Zensur, sagst du. Und schlimmer noch, Selbstzensur, wo kämen wir hin? Das sind Demut, Einsicht und Verantwortung, sage ich. Und ja, wo blieben wir für immer stecken, wenn sich nicht endlich was ändern würde? Das ist unbequem, sagst du, und kompliziert. Und es kränkt mich und überhaupt, dann müsste ich mich hier einschränken und meine Gewohnheiten ändern. Und ich sage, du kannst dir gar nicht vorstellen, welchen Schmerz, welche Unterdrückung und welche Auslöschung viele Tausende, nein Millionen oder gar Milliarden Menschen seit Jahren, seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten erleben. Und ja, damit wir unsere kleinen Flügel ausbreiten können, musst du deine Großen vielleicht ein bisschen stutzen. Du. Wer ist dieses Du? Ist es die AfD? Ist es die Chefetage der bürgerlichen Medienhäuser und Verlage? Sind es die leitenden großer Museen, Galerien, Universitäten und andere Institutionen? Ist es Hollywood? Ist es mein Großvater? Ist es das Patriarchat? Ist es White Capitalist Supremacy? Bin ich es auch? Raum zum Atmen gab es lange nicht für alle. Und wenn jetzt die Luft in den sonst so sauerstoffgeschwängerten Etagen ein bisschen dünner wird, dann ist das kein Verlust. Im Gegenteil. Es ist eine riesige Chance zur Vielfalt. Und Vielfalt braucht das Leben, um zu überleben.